Oder? Oder? Hey Mr.Nazi! Komm auf meine Party! Oder meine Zuschauer halten jetzt mir ihr Maul! Huhu! Hehehehe! Hey Mr.Nazi! Komm auf meine Party! Nein! Nein! Irgendwie vor, dass ihr ihn einfach zu weit schlubst, der auf der anderen Seite landet. Wetten wir nicht wieder auf die andere Seite geflogen. Moritz, wollen wir Dennis targeten? Ja, eindeutig. Wollen wir Moritz targeten? Am Schluss gewinnt dann wieder Shadow, und das seh ich eigentlich gar nicht. Was Shadow targeten? Ja, alle! Targett ihr Dennis, bei denen sind zwei auf einer Insel. Hau ein Esel da! Das wollte ich ja sogar! Das finde ich gut. Achso, wir direkt... Erste Runde Esel ist stark. Ja. Achso, der... Der wird jetzt erstmal gestupst. Der überlebt... Alter. Kekwin. Oh, ich will... Oh, die stehen alle so gut. Halt der Maul! Du wolltest doch Dennis stupsen! Wir wollten aber Shadow fokussen! Achso Scheiße! Wir wollten doch Dennis stupsen! Also ich würde ja... Prinzipiell... Prinzipiell würde ich aber eigentlich nur... jetzt einfach Shadow stupsen. Oh mein Gott! Das ist cool! Alark bei einem Vernunftschlag! Nicht die Scheiße! Halt die cool ist aber ein bisschen krasser! Ich target sie dich, wenn einer von mir down geht, ne? Cool! In zwei von dir down! Ja eben! Nice! Jetzt fast verkackt! Alles klar, Moritz, fick dich! Rein in die Mitte! Er ist einfach richtig verkackt, alter! Aber es geht trotzdem alle down, glaube ich. Oder auch... Oh, lol! Dat Mine! Alles klar! Ripp Dennis! Ripp Dennis! Loll! Ist einfach nur Dennis down gegangen! Nur Dennis! Hahaha! Nein, ich geh auch noch down! Ich geh auch noch down! Ich geh auch noch down! Oh, lol! Nee, Shadow geht auch noch down! Irgendwann das jungen, fetter Russe, der jetzt dadurch ne... Okay, Nevermind, die Explosion ist zu low! Minus 3! Oh Scheiße! Alles da! Ach... Cedric! Cedric! Jetzt... Ich hab genug Leben abgezündet! Nein! Achso, als ob auch noch Kant dran ist! Nein! Als ob auch noch Kant drin! Ja! Er ist runtergefallen, wetten! Jaaaa! Hahaha! 10 out of 10! Also, das ist natürlich traurig! Achso, ich bin wieder dran! Achso, ich bin wieder dran! Oh, das ist natürlich... Das ist nice! Wohin fühlt ihr denn? Huch uns lieber Settdick! Dann kann das nicht hochladen! Achso! Es ist ja nicht so, als würde ich alles hochladen, aber okay! Ja, ich weiß! Aber... Oh! Neee! Ey, Mitsterdick! Alter ist aber Kant! Der ist aber näher am Wasser dran! Ja, ich weiß! Und er wird mich targeten! Jaaaa! Der wird keine Runde mehr gewinnen! Jaaaa! Okay! Finde ich gut! Stark! Wie viele Minen da hinten! Ah, ich hätte Shotgun! Ich hätte Shotgun! Die müssen dann hätte ich beide runter... Ja, du Lappen! Nee! Shadow-Stargessen! Ja, das hat's halt so angeboten mit Shadow, ne? Ich hab nur noch zwei! Wir lassen das ab jetzt! Wir machen ein Friedensangebot, okay? Okay! Ich bring dich nicht um bis zum Ende! Und du bringst mich nicht um! Alles klar! Alles klar! Also der da unten steht schon wieder richtig! Jaaaa! Ich wüsste es! Wieso wüsste ich es? Achso, den kann man sogar stupsen! Nee! Hahaha! Hahaha! Okay, ist der dick? Ah, okay! Oh! Ach! Ah! Halt der Maul! Du bringst mich jetzt nicht um! Und ich töte dich dann nicht! Äh, warte, wenn ich dich jetzt umbringe, dann kannst du mich gar nicht mehr töten! Hahaha! Das ist natürlich... Guck mal, ich hol dir einfach einen Esel zwischen mich und Shadow, dann kriegen wir auch beide was ab! Nein, nein, nein! Töte dich ab! Und Shadow ist dann halt down, ne? Und das ist das Wichtigste! Oh nein, der wird mich einfach stupsen! Jaaaa! Oh Mann, ich hasse dich um! Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ihr müsst wissen, Shadow wird in der Schuhlauche mal gestupst. Alles klar, ich hab in der Schuhlauche gestupst gefilmt. Alles klar, er hat noch AIDS bekommen. Ich hoffe, er hat noch AIDS bekommen. Minus 1, oh shit. Gut, ich spiel' glaube ich jetzt so lange Liga in den Legenden, ne? Doch. Ach so, ne ganze Runde... Ja, mach ich jetzt! Okay. Ach so, Shadow ist da. Schade. Haha, kann man ja gar nichts mehr targeten, scheiße. Oh, ist der Trick. Oh, hey Mr. Nazi! Waren mehrere Spiele... Nee, guck mal, der da oben, der fette Swag-Russe da, der... Ist stark. Hätte ich mir grad nicht nen Kopf gegönnt hätte, hätte ich auch gedacht. Nee, du bist ein Opfer, ist der Trick, ey. Nee. Naja, doch. Er sagt's einfach nur, damit Dennis ihn beleidigen kann. Einfach so. Ah, jo. Ach, ist das so. Naaaaaah! Okay, nee. Das hat ich mir stark gemacht. Also, rastet halt komplett aus. Naja... Naja... Komm, halt der Maul. Vielleicht sollst du nicht so hart verkacken, ne? Moritz! Fragate Dennis, der hat's verdient. Na genau, so. Äh, halt der Maul? Ja, mach's einfach. Junge, lass mal Kek win in Ruhe. You, you, you do it. Yes. Oh, das hat er einfach fast nichts gezogen. Oh, das hat er einfach fast nichts gezogen. Zehn, aber er hat Aids bekommen. War Wolf, war Wolf genug. Ob so, das hätte ich passiert. Mein Cock war Wolf genug. Scheiß Besser. Dadurch wird Yerunday wieder nicht gewinnen, weil er ewig geklossetzt hat. Nee. Aber Moritz darf aber auch nicht gewinnen, ne? Ach so, ich glaub Dennis darf auch nicht gewinnen. Alles klar. Also darf nur ich gewinnen. Nein, du auch nicht. Nee, ich will aber... Nee. 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 Spülpaar wird gestupst. Nein. Nee. Nee. Nö. Wasser ist nicht tief genug. Nö. 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 Er ist ein Stubst bist ein dummer Vollidiot. Was ist ein Stubst? Dummer Vollidiot, oke. Jetzt bist du neben Cedric, hast du gut gemacht. Nö. 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 Nein, ich muss Moritz jetzt da umgehen, ne? Kann ja nicht sein, dass ein dicker Mensch gewinnt. Warte, ich würde ihn stubsen. Ich würde deine Mutter stubsen, ne. Ach so, bist du denn das, Harry? Ich schütze ein bisschen, oder? Besten Flicks ist nochmal Jetpack, Cedric. Kannste also gut Jetpack fliegen. Hä, ich bin eigentlich Jetpack Master, aber das war gerade immer nur schlecht. Ja, ja, seit wann? Hä, also ich glaube, diese Halte Dein Maul und Hans Entertainment stehen verweiglich perfekt. Ja, und was mit dem Moritz? Du könntest drei töten und gehst auf Moritz. Shadow kennst du denn mittlerweile Hans Entertainment? Ja. Ja, hab doch gesagt, du siehst genauso aus. Genau. Oh, komischerweise auf drei Worms von Moritz gegangen. Nee. Und einer auf... Und du bist auf einen eigenen gegangen bist du Bane. Oh mein Gott, warte, was? Oh lol. Ich hab schon mal wieder rot als ne... Ja doch, ich hab Schaden bekommen, aber nur Schaden. Dann war das nur halb retarded. Also Moritz hat es ein 1hp Schilder noch so gut sein. Oh, ich hab einfach 1hp, 1hp wrecked. Betonesel einfach sentik, einfach aus Prinzip. Huss einfach. Also... Also ich weiß ja jetzt nicht, wie es ihr seht, aber der eine, der bietet sich schon ziemlich gut an. Ich bin zwei töten faszinett. Und man hat's nicht direkt. Schon? Nee. Hüpf. Das stimmt! Ist stark! Oder? Oh, nein, er hat überlebt. Oh, keine Zeit! Er muss sich noch ein Jetpack. Er wird es hier haben... Nee! Ey, Moritz, du bist so scheiße. Scheiße, Moritz, war Wurf, Alter. Ich würde dir jetzt sagen, dass das schon gut war, aber das wäre halt eine Lüge. Und Lügen darf man nicht sagen. Ey, was macht meiner hier einfach? Der TP zieht die ganze Zeit hier drücken. Okay. Dann ist Dynamit, schweiß auf deinen. Also, das sehe ich jetzt nicht ein. Nein, nein. Töte Moritz zweimal. Aber klar. Boah, aber das funktioniert. Nein, den da unten. Ist so ein Modus töten. Äh, äh, ich will nicht. Naja. Lächerlich. Nein, nein. Schirr mich jetzt mal hier rein. Nein, es geht da nicht. Meine Wurm ist zu dick. Also, sorry, ich hab dir ein Damage gemacht. Das war schlecht von dir. Ja. Ich hab's ja genau nicht mehr auf den Fokus. Das hat er dann ein Aids aus dem Damage gemacht hat. Okay. Ach du. Das hat er jetzt ja gut. Kann man hier mal diesen Bogen da benutzen? Hab's noch nie gesehen. Witzig. Ne. Ist der dick? Vor diesen Jungen da. Ich glaube, ne. Das ist schon wieder. Hä? Das ist einfach nur noch einer am Leben von Moritz. Ja, den glaub ich, würd ich mal so richtig in den Arsch bengen jetzt. Ne, da, Dennis, der Wizard ist noch. Was? Ohli. Es gibt auch noch einer von Moritz. Nee. Nee. Doch, der Russe, der will dich entfinken, Alter. Nee. Da kommt der Tico runtergeflogen. Allah! Wie hat der Tico Russe dich gefinkt? Get fucked, mates. War stark, Moritz. War stark. War okay. Warum lässt du dich eigentlich vom fetten Jungen verprügeln? Jetzt hab ich einfach nur noch einen. Und ich hab kein Jetpack mehr. Nice. Ja. Was sind das für Scheiß-Settings? Dass ich Jetpack ausgestellt habe, nicht auf unendlich gestellt habe, war wegen einem Grund, dass man dauerhaft irgendwie so viermal in einer Runde Jetpack benutzen kann und es halt retardet. Ja, und ist so pein. Und man kann es nicht einstellen, dass man es irgendwie nur einmal per Runde benutzen kann. Moritz, Telefon. Nee. Telefon, Moritz. Mach Moritz da. Mach Moritz da. Jetzt hängt er ein bisschen ab. Mach den. Ja. Er ist tot. Ja. Er tried. Nein. Er macht nichts mehr. Batitasen succeed. Ja. Oh, lol. Das war natürlich kurz spannend. Alles klar. Stupsen. 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 Achja, ich habe heute übrigens einen Typen gesehen, der hat so eins zu eins so das Face von Dennis gehabt, nur der war zehnmal fetter als Dennis. Stupsen. Das sah so aus wie Dennis in Fett. Nee. Das ist das bester Schatz meiner EO Best. Hä? Warte erst nicht drauf, Mann. Nein. 16 Ticks Server? Was ist das? 16 Ticks Server. Der fasste schon so wie C-O-D, Mann. Er stirbt einfach. Er stirbt einfach. Wie sein Wurm. Cedric, hoch einfach den Shotgun, du kannst zwei von Dennis töten. Ja. Zu dumm. Oh mein Gott, Cedric. Was? Was? Wie ist das denn passiert? 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 10 out of 10, Cedric würde ich mal behaupten, ne? Äh, das war sogar der der... Äh, das war sogar der der... Ah, zwei. Cedric hat noch zwei. Cedric hat noch zwei. Einmal Kekwin und einmal Young. Fetter Russe. Wird Kekwin töten, der hat mehr Leben. Dann sind Stupsen da ins Wasser. Ich hab mir noch was aufgehoben hier. Ich hab mir noch was aufgehoben hier. Ich hab mir noch was aufgehoben. Genau. Alles klar. Weißt du? Guck mal, mein Target ist mich, Dennis gewinnt. Was ist das? Der überlebt das auch noch. Okay, ich glaub's zurück, mein Target ist mich, der nicht gewinnt. Halt der Maul. Der gewinnt jetzt. Du musst einfach nur einen Shotgun draussen, du kannst zwei Leute töten für dich. Halt der ich vor. Ist okay, Digga. Hattest du gar nicht? Doch. Ich hab Moritz Lutsch gesehen und dachte mir so Shotgun. Alles klar, Digga. Ich dachte mir so Shotgun, Shotgun. Das heißt du nicht Moritz Lutsch als erstes Tag wissen, sondern geh mal ran. Nice, Cedric. Was ist denn da? Halt der Maul ist das denn nicht. Wie man Moritz die ganze Zeit nur scammen hört. Okay. Was für scammen, Junge? Das hab ich aber auch schon mal in der Folge gesagt. Immer wenn Moritz am Schreiben ist, hab ich so gesagt, dass Moritz wieder am scammen ist. Scam, 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 scam. Moritz ist all der am scammen. Auch wenn er Skype-Account benutzt, immer scammen. Na schon wieder am scammen der Junge. Noch leichter kann ich nicht mehr schreiben, ey. Ja, aber du kannst ja seine Definitivität in Arnus stecken. Auf minus 5. Wutsch. Nutsch du doch, Wichser. Ich hab übrigens gewonnen. Hallo? Applaus. Dankeschön. Okay, scheiß Wichser. Nur weil du ein schlechter Verlierer bist. Möchtest du dazu jetzt irgendwas sagen? Also wenn du jetzt was gegen uns hast und ein schlechter Verlierer bist, dann verlasse, bitte dieses Teamspeak und diese Aufnahme. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge ohne Shadow wieder. Ja, ist okay. Alles klar. Ich seh da grad so die Station.